Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal geht es um Brennholz. Wir schlichten hier das ganze Brennholz weg, was uns gehört. Da gehört ja nur die Hälfte von diesem Haufen, gehört uns. Und das schlichten wir jetzt auf unser Grundstück, weil jetzt ist es ja nicht auf unserem Grundstück. Unser Grundstück ist hier hinten und wie man sieht, hier neben dem Zaun schlichten wir das ganze hier hin und da kann es dann ruhig stehen bleiben. Auch hier haben wir dann schon ein neues Ding angefangen, so ein neues Quadrat und ja, hier ist einiges an Brennholz, was wir hierher geschlichtet haben. Aber das zeige ich euch dann jetzt einmal. Ja Leute, hier neben dem Zaun, neben unserem neuen Zaun, haben wir hier diese drei Rechteck bzw. Quadrate hier gemacht. Da habe ich auch Abstand gelassen, damit ich da mit der Motorsense durchgehen kann und die Wiese hier schneiden kann. Hier kommen dann noch weitere drei, die werde ich dann im Laufe des Jahres schneiden. Diese drei werden für übernächstes Jahr, übernächsten Winter hier gelagert und wie man sieht, ja hier ist überall Dreck, Gatsch und ja, von dort schlichten wir halt das Holz weg. Also wir haben schon ziemlich viel rüber geschlichtet und ja, wir müssen halt die Vorbereitungen treffen. Das ist halt der Nachteil, wenn man mit Holz heizt. Man muss immer schon ein, zwei Jahre im Voraus denken, im Voraus arbeiten, damit man ja immer ausreichend Brennholz hat. Hier haben wir halt so Kleinteile und ja auch ein wenig Mist, was hier alles weg muss. Ja, aber das ist halt das, was wir hier jetzt vorbereiten. Ja Leute, hier innen ist ja schon einiges weg. Das ist die Originalhöhe, was wir hier geschlichtet haben. Da ist schon einiges weg. Und hier beim Futterhaus, da fehlt die komplette Ecke schon. Das haben wir alles schon verheizt. Aber ja, Brennholz haben wir ausreichend. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, ich denke mal, dass wir noch Holz, also das ist für dieses Jahr ist es auf jeden Fall ausreichend. Also für diese Wintersaison ist es ausreichend. Dann für die nächste haben wir das Holz auch schon zusammen. Und für die übernächste haben wir das Holz ebenfalls schon zusammen. Und ja, können beruhigt auf das dritte Jahr blicken und für drei Jahre im Voraus das Holz einlagern, beziehungsweise organisieren. Ja, Arbeit ist immer, wenn man mit Brennholz heizt. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber ja, wollte ich euch nur ein kleines Update liefern zu, zur Lage, wie es bei uns mit Brennholz ausschaut. Und ja, das ist halt eindeutig, eindeutig gut. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurz, aber ja, informativ über einen Daumen hoch, über ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Erleben in Ungarn Video. …